Das ist echt übelst ernst, das ist übelst ernst gerade. Lass mich mal bitte. Das ist total serious. Wir sind gerade in Köln, in seiner Spielhalle. Oh fuck, Alter. Wie gesagt, dieser Spaß für so kleines Geld, weißt du? Warte, Kim und Con immer nach Con? Jaja, ist ja gut, jetzt mach kein Ego-Shooter. Der schießt die auf mich, was soll denn das? Das ist so ein Spaß für die ganze Familie.